Willkommen zu den Gaming News. Heute sprechen wir über The Day Before, das jetzt ganz offiziell tot ist. Die Server verschwinden auch bald. Das Zombie-Unleben hat ein Ende, was noch mal ganz interessant im Kontext mit den Schwarzmarkies ist. Außerdem sprechen wir über die schlechtesten Spiele des Jahres. Metacritic hat eine Liste veröffentlicht und was darauf zu finden ist und warum das darauf zu finden ist. Und zuletzt gibt es eine Meldung zu War Thunder. Da wurden wieder mal Militärgeheimnisse geleakt. Eine Sache, die in letzter Zeit häufiger passiert ist und ich finde es ganz interessant, warum das da überhaupt stattfindet. Die einzelnen Themen könnt ihr dabei wie gewohnt unten über die Kapitelmarke in der Timeline auswählen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Der Day Before ist jetzt offiziell tot. Nachdem das Spiel schon einer der miesesten Steam-Starts aller Zeiten hingelegt hat und daraufhin schon nach vier Tagen der Entwickler von Fantastik seinen Laden komplett dicht gemacht hat, hat jetzt der Publisher MyToner auch die letzte Notbremse gezogen. Am 22. Januar 2024 werden jetzt auch die bestehenden Spielserver jetzt komplett abgeschaltet. Das kommt jetzt nicht wirklich überraschend. Nachdem Fantastik mich bekannt gegeben hatte, dass sie zumachen, hat Valve auch ziemlich schnell die Möglichkeit auf Steam eingestellt, das Spiel dort überhaupt zu kaufen. Das führte allerdings nur dazu, dass das Spiel auf diesen ganzen Key-Selling-Webseiten für richtig viel Geld angeboten wurde. Der Preis stieg ziemlich schnell in den dreistelligen Bereich, 100, 150, 200 Euro und wenn man heute mal schaut, bewegen sich die Preise eher so in dem 400er, 500er bis zu 1000 Euro Bereich. Günstige Angebote kann man gar nicht mehr abgreifen. Das lag wohl daran, dass Steam die meisten Spiele refundet hat, wenn sie es denn wollten. Sie konnten das Spiel einfach zurückgeben, selbst wenn sie mehr als zwei Stunden gespielt haben, was normalerweise die Grenze ist und neue Keys gab es dann ja nicht mehr. Und durch diesen ganzen Trubel waren so viele Leute neugierig geworden oder es waren einfach Sammler, weil es gibt auch Leute, die ganz gern so viele Spiele wie möglich haben und gerade Spiele, die dann nicht mehr offiziell angeboten werden. Und das hat dazu geführt, dass diese Leute sich eben über den Schwarzmarkt eingedeckt haben. Man kann da auch nicht mehr wirklich von Betrug sprechen. Die Leute, die so viel Geld gekauft haben, die wussten ganz genau, was sie tun. Sie wussten, dass das Spiel kompletter Schrott ist. Sie wussten, dass man das auf Steam nicht mehr kaufen kann. Und sie wollten trotzdem für viel Geld das in ihrer Bibliothek haben, aus welchen Gründen auch immer. Mein Gott, das ist ja nicht verboten. Diese Käufer müssen jetzt allerdings damit rechnen, dass ihr ganzes Geld komplett zum Fenster rausgeschmissen ist. Also mehr darüber hinaus, als dass sie nur ein schlechtes Spiel für viel Geld haben. In der Meldung hat MyToner nämlich auch bekannt gegeben, dass Steam jetzt proaktiv alle Spiele refunden wird. Das heißt, man muss das nicht mehr beantragen, sondern man bekommt das Geld automatisch gutgeschrieben. Und es ist zu vermuten, dass das Spielen auch einfach aus der Bibliothek entfernt wird. Und selbst wenn es nicht entfernt würde, kann man es ab dem 22. Jahr nicht mehr spielen, weil zum Spielbetrieb die Server gebraucht werden. In der Gesamtnachricht haben sie geschrieben, liebe Community, wir bedauern euch mitteilen zu müssen, dass die Entwicklungsfirma Fantastic offiziell den Betrieb eingestellt hat. Infolgedessen wird The Day Before eingestellt und die Server werden am 22. Januar 2024 abgeschaltet. Wie bereits mitgeteilt, hat MyToner als Investor mit Steam zusammengearbeitet, um Rückerstattung für alle Käufer des Spiels zu ermöglichen. Für alle Spieler, die ihren Kauf noch nicht zurückerstattet bekommen haben, wird Steam nun proaktiv eine Rückerstattung an alle verbleibenden Spieler vornehmen. Wir bedanken uns für die Unterstützung, habt bestimmt Unterstützung bekommen, der Community während der gesamten Laufzeit des Projekts, während dieser gesamten langen Laufzeit. Leider hatten wir ohne ein Entwicklungsteam keine andere Wahl, als das Projekt offiziell zu schließen. Ja, das ist natürlich sehr schade. Wir bedanken uns aufrichtig bei allen, die uns auf diesem Weg unterstützt haben und wünschen euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Ja, ich sag mal, aufrichtig ist da nicht viel. Auch MyToner ist da wirklich nicht gut rausgekommen aus dem Ganzen. Sie haben als Publisher ja doch ihren Anteil an der ganzen Sache, aber möchten das jetzt so schnell wie möglich hinter sich lassen und damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Aber ich sag mal, alle, die ein bisschen aufgepasst haben, werden in Zukunft bei dem Namen hellhörig werden. Und zuletzt ist damit auch den Gerüchten ein Riegel vorgeschoben, die es ja gab, dass angeblich MyToner das Spiel noch irgendwie retten möchte, mit einem anderen Entwickler vielleicht. Und nochmal wieder gesund patchen, das zurück auf Steam bringen. Das war von Anfang an ziemlich abwegig, aber jetzt kann man das ganz getrost als beerdigt betrachten. Passend zu The Day Before hat Metacritic ihre Liste der schlechtesten Videospiele von 2023 veröffentlicht. Und da taucht The Day Before nicht auf. Das ist jetzt gar nicht so überraschend. Vielleicht auf den ersten Blick denkt man schon so, wie viel schlimmer kann es denn sein? Aber es gibt mehrere Gründe, warum das in dieser Liste eben nicht mit dabei ist. Erstens war es noch ein Early Access Titel und um auf dieser Liste aufzutauchen, müssen mehr als sieben professionelle Reviews, Tests von großen Spieleseiten oder Magazinen auf dem Spiel auftauchen. Das heißt, das Spiel ist nicht nur so eine kleine Randerscheinung, was irgendwo mal abgehandelt wurde, sondern schon ein größerer Titel. Und The Day Before ist zwar ein größerer Titel, aber die meisten Spielemagazine bewerten Early Access Titel noch nicht. Und deswegen ist The Day Before halt hier nicht mit dabei. Das ist auch der Grund, warum andere Titel wie Skull Island, Rise of Kong oder The Walking Dead Destinies nicht auf dieser Liste auftauchen, eben zu wenige große Tests. Und das ist eigentlich auch ganz vernünftig, weil klar, es gibt jedes Jahr hunderte, wahrscheinlich sogar tausende Spiele, die technisch gesehen schlechter sind. Die vielleicht gar nicht erst funktionieren, die so viele Bugs haben, dass sie sich kaum starten lassen. Oder die einfach so schlecht sind, aber von einem Mini-Entwickler kommen, von irgendeiner Ein-Mann-Person in einem unbekannten Studio, dass man da gar keine Erwartungen hatte, dass von Anfang an einfach kompletter Ramsch ist. Und das lohnt es sich ja nicht wirklich zu betrachten. Das ist wie, als würde in Hollywood die schlechtesten Filme küren und dann irgendein Home-Video von Hans-Peter nehmen. Sorry, Hans-Peter. Solche Titel wie eben Skull Island, Rise of Kong und The Walking Dead Destinies sind sogar ein bisschen die Ausnahme, weil sie haben immerhin einen größeren Namen, sie haben eine Lizenz und gemeinhin sind solche Spiele dann doch etwas wertiger. Aber die waren so eine Scheiße, die hätten es vielleicht sogar verdient gehabt, eben in der Liste aufzutauchen, weil das nicht ganz auf so komplette Shovelware zutrifft. Aber anscheinend war dann von vornherein klar, dass es so ein Müll ist, dass es nicht mehr als eben diese sieben geforderten Reviews gab. Während jetzt diese Liste und diese Spiele, die hier auftauchen, eigentlich schon normale Spiele sind. Sie sind einfach sehr, sehr schlecht. Aber leider ist die Liste zum größten Teil ziemlich uninteressant. Ein paar Sachen, die auch oft genannt werden, wie zum Beispiel ein Redfall, sind auch nicht mit auf der Liste. Redfall ist auch eine große Enttäuschung, aber es ist dann auch nicht so schlecht, dass es dann auf der Top Ten landet. Die meisten kannte ich tatsächlich auch nicht. Gargoyle Remastered, ein altes Sega-Spiel vom Master-System. Dann haben wir sowas wie Summer of Gods, ein JRPG, Gangs of Sherwood, Sachen, von denen ich nie gehört habe. Hellboy, davon hatte ich mal gehört, das Rap of Weird. Das hat eine interessante Grafik. Das Spiel ist aber leider sehr, sehr schlecht, weil es auch ganz schön technische Probleme hatte. Also auf den PCs taucht das nicht in der schlechtesten Liste auf, weil da hat es nicht ein Rating von 47, sondern 14 Punkte höher. Aber es gibt immer noch kein gutes Hellboy-Spiel, was ein bisschen schade ist. Crime Boss Roque City, das kannte ich auch. Ja, es ist wirklich kein gutes Spiel. Es ist ein langweiliges Spiel. Es ist aber gar nicht, also es ist nicht komplette Scheiße. Ein Platz 6 finde ich ein bisschen übertrieben. Es kann so ein bisschen ein Guilty Pleasure sein und darauf baut es ja auch auf, dass es diese ganzen 80er, 90er-Stars hat, wie Danny Tejo, Chuck Norris, Kim Basinger, Michael Madsen, den man hier gerade sieht und einige andere. Deswegen ist es auf eine gewisse Art und Weise witzig, aber es ist auch einfach kein gutes Spiel. Bei den anderen Sachen kommen wir jetzt schon wirklich langsam in den Bereich von ziemlich miesen Spielen. Die Order of High Human Testament, obwohl das halt auch kein großer Titel ist. Quantum Error, was tatsächlich ein bisschen interessant aussah, aber dann nach hinten raus nichts wurde, kein wirkliches weiteres Wort wert ist. Genauso wie dieses Grey Hill Incident. Flashback 2, das ist ein bisschen traurig, weil das eine ganz große Geschichte hat, weil das mal früher ein großer Name war und ein wichtiges Spiel und wegweisend. Hat auch mit den Prince of Persia-Serien zu tun, wo da jetzt auch ein neues Spiel rauskommt demnächst. Aber das ist so schlecht und mies gemacht, dass, also es wird hier mit Duke Nukem Forever verglichen, dass es halt genauso sinnlos ist, als Fortsetzung sein gebraucht hat und das trifft es echt ein bisschen gut. Aber das letzte und das ist wahrscheinlich der bekannteste Name, ist eben der Herr der Ringe Gollum. Und das war ja so schlecht, dass es sogar zum Untergang des Entwicklerstudios bei Daedalic geführt hat. Und das hat mit 34 Punkten, wenn das so eine Durchschnittswertung auf Metacritic ist, ist das schon extrem niedrig. Das hat praktisch ja nichts richtig gemacht, das Spiel. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe auf dem Community-Tab im Moment ja eine Abstimmung laufen, welches richtig schlechte Spiel ich mir mal angucken soll, um herauszufinden, ist es wirklich so mies? Und ich bin ein bisschen gespannt, weil auf Screenshots und auf Trailern, es wird manchmal die Grafik geschimpft, sieht das gar nicht so scheiße aus. Manche Sachen sollen ja sogar funktionieren. Die Story soll teilweise interessant sein. Hat es diesen Titel als das schlechteste Spiel 2023 wirklich verdient? Das werde ich dann wohl bald selbst herausfinden. Ihr könnt ja gerne noch schreiben, ob irgendwelche Spiele hier fehlen, die dringend in der Liste sein müssten, eben nach den Kriterien, die wir gerade besprochen haben, oder ob das für euch schon insgesamt so passt. Als letzte Nachricht habe ich noch gelesen, dass in den War Thunder Foren mal wieder Militärgeheimnisse oder zumindest militärische Dokumente, die vielleicht nicht unbedingt top geheim sind, aber die trotzdem nicht freigegeben sind zur Veröffentlichung, geleakt wurden. Und das ist in den letzten Jahren immer wieder mal passiert. Ich habe auf Wikipedia mal nachgeguckt, da ist das 13 Mal seit dem 14. Juli 2021 passiert. Das war das erste Mal, wo das festgehalten wurde. Und ich habe diese Meldung immer so am Rande mitbekommen, fand sie irgendwie so ganz interessant, aber habe nie so richtig mal geschaut, was eigentlich dahinter steckt. Weil, ja, War Thunder ist natürlich ein Militärspiel und da hat man Leute, die sich für diese Art von Sachen interessieren, die halt gern, ja, Militärspiele spielen, die sich für Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber, Artillerie und was auch immer da genau stattfindet, interessieren, die darauf Lust haben, die sich damit auskennen. Und anscheinend arbeiten viele von den Spielern auch in Bereichen, wo sie zumindest Zugriff auf diese Dokumente haben. Sei es bei der Armee, bei Rüstungsfirmen oder Zulieferern. Einerseits spricht es ja für Spiel, dass Leute, die sich in dem Bereich auskennen, auch dieses Game gerne spielen. Aber anscheinend scheinen das auch sehr komische Leute zu sein, wenn sie dann in dem Spieleforum diese Dokumente veröffentlichen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass sie das immer machen, einfach irgendwie, um gut dazustehen, um dann ein bisschen damit zu prahlen. Das war bei dem einen ganz großen Leak in diesem Jahr der Fall. Aber wenn man sich mal die Leaks genauer anschaut, der Hauptgrund ist, dass das einfach vollkommene Deppen sind. Achso, das ist jetzt nicht ganz zu überraschend, dass das Deppen sind, wenn sie solche Sachen machen. Aber der Hauptgrund, warum sie diese Dokumente veröffentlichen, sind entweder Streits mit anderen Spielern oder Streits mit den Entwicklern. Beim ersten Vorfall vom 14. Juli 2021 ging es dem Spieler zum Beispiel darum, dass er beweisen wollte, dass das Design von dem Panzer, um den es da geht, dem Challenger 2, einem Panzer der britischen Armee, dass der im Spiel nicht akkurat nachgebildet ist. Dass die Stats da anders sein müssten. Und um das zu untermauern, seine Meinung, hat er eben in den Foren diese Dokumente geleakt. Und so geht es dann im Prinzip immer weiter. Beim nächsten Mal ging es wieder um Panzer. Und der Spieler war nicht damit zufrieden, wie schnell sich der Turm um die eigene Achse drehen kann. Und um das wieder zu zeigen, dass das im Spiel halt komplett falsch ist, hat er die Dokumente geleakt, wo dann genau drin steht, was die offizielle Zeit ist. Und wenn sie keinen Streit mit den Entwicklern hatten und den beweisen wollten, dass sie viel mehr Ahnung haben, war es halt etwas untereinander. Weil klar, wenn man im Forum einen Streit mit einem anderen User hat, da gibt es schon Wichtigeres, als vielleicht seinen Job zu behalten oder nicht strafrechtlich verfolgt zu werden. Da kann man sowas schon mal leaken. Die Entwickler von Gaijin Entertainment löschen diese Posts immer sehr, sehr schnell, weil die haben keinen Bock, dass die da irgendwie mal ins Fadenkreuz mitgeraten und das so wirken würde, als würden sie sowas noch ermutigen. Aber anscheinend passiert das trotzdem immer und immer wieder. Obwohl es teilweise da auch schon zu Gefängnisstrafen gekommen ist von Leuten, die das gemacht haben. Und das ist dann irgendwie so ein Thema geworden. Das ist eine große amerikanische Rüstungsfirma, die hat im Januar 2023 dann auf Mediaberichte reagiert und gesagt, dass es nicht zutrifft, ob sie bei potenziellen Bewerbern überprüfen, ob die War Thunder spielen. Weil dann schon das Gerücht umging, okay, Leute, die War Thunder spielen, sind so unzuverlässig, jede Rüstungsfirma passt jetzt auf, die gar nicht aus einzustellen. Also in die Richtung geht es auch. Ist irgendwie alles eine riesen Shitshow. Man sieht manchmal, was die Leute für einen Quatsch machen, wenn sie zu viel Zeit haben oder wenn sie irgendwas beweisen müssen. Weil es kann ja nicht sein, dass jemand im Internet Unrecht hat. Da muss man schon mal alles riskieren, um das Gegenteil zu zeigen. Ich hingegen habe immer Recht und muss gar nichts mehr beweisen. Und deswegen kann ich jetzt ganz gemütlich diese News beenden, mir ein Abendessen machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.